Alexander Hartmann ist Hypnotiseur und er stellt damit interessante Dinge an. Was müssen wir jetzt machen, damit du die Leute hypnotisieren kannst? Eigentlich gar nicht viel. Ich würde kurz ins Publikum und dann könnte ich euch ein bisschen was zeigen. Du suchst hier irgendeinen aus? Sozusagen, genau. Das ist aber keiner hier von dir, ist keiner hier, ne? Nee, leider nicht. Wir haben davon gesagt, es ist keiner hier, der sozusagen mit dir unter einer Decke steckt und dann... Wenn ja, dann wüsste ich das jetzt gerne, aber nein. Ja, nein. Okay, dann gucken wir mal. Legt doch mal los. Ich schau mir das mal an, dann aus näher und näher und dann... So, hallo erstmal, meine Lieben. Ich hab gedacht, lasst uns doch mal erstmal gemeinsam alle was erleben zusammen und dazu... Nehmt mal kurz die Hände so nach vorne. Und guckt, dass sich zwischen euren Händen kein Vordermann befindet, sodass ihr sie in der Mitte zusammenschlagen könntet, genau bei drei. Okay? Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Das war der Unterschied zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation. Ihr merkt, was meistens stärker ist. Nehmt nochmal die Hände nach vorne und faltet sie wie zum Beten und winkelt sie leicht an und spreizt mal die Zeigefinger so ab. Und haltet sie dort und schaut nicht mehr zu mir, sondern auf eure Finger. Und stellt euch vor, es wären zwei starke Magneten. Und sie ziehen sich an. Jetzt. Immer stärker und stärker. Immer näher und näher. Sehr, sehr gut. Bis sie sich in der Mitte berühren. Und wenn sie sich in der Mitte berühren, könnt ihr sie in den Schoß sinken lassen, euch entspannen. Sehr, sehr gut. Ihr merkt, ob es hier nur eine von zwei Sachen ist. Bei manchen ist es so ein Fall von... So 90 Prozent. Und dann gibt es immer ein, zwei. Das ist eher so ein Fall von... Nein! Mit mir nicht! Ich kann mich dagegen wehren. Und das stimmt. Könnt ihr. Aber darum geht es nicht. Wollen wir mal rausfinden, was passiert, wenn wir unserem Unterbewusstsein eine Chance geben. Nehmt noch einmal die Hände so nach vorne. Die Linke mit der Hand vielleicht nach oben. Die Rechte mit der Hand vielleicht nach unten. Wer sich nicht sicher ist, schaut kurz beim Nachbarn. Und dann macht mal kurz die Augen zu. Und stellt euch mal vor, auf der linken Hand liegt ein schweres Gewicht von vier Kilo reinem Blei. Und es drückt diese linke Hand nach unten. Jetzt. Immer schwerer und schwerer. Immer tiefer und tiefer. Sehr, sehr gut. Und gleichzeitig hängt an der rechten Hand wie so eine Art Heißluftballon und zieht sie nach oben. Jetzt. Immer höher und höher. Immer leichter und leichter. In so kleinen Muskelzuckungen. Immer höher und höher. Sehr, sehr gut. Die linke immer tiefer und tiefer. Die rechte immer höher und höher. Immer weiter auseinander. Sehr, sehr gut. Könnt ihr mal so langsam die Augen öffnen. Euch umschauen. Ich würde mal kurz noch zwei Sachen ausprobieren. Darf ich dich mal kurz nach vorne bitten? Großer Applaus. Verfolgt uns. Und darf dich einmal kurz, die junge Dame in Blond, auch einmal nach vorne bitten? Großer Applaus. Verfolgt uns. Großer Applaus. Nehmen wir mal ganz kurz Platz. Hi. Wie ist dein Name? Svenja. Svenja. Bitte einmal kurz Platz nehmen. Und dein Name ist? Lars. Lars. Cool. Mit euch beiden würde ich gerne ein kleines Stück weiter gehen. Auch mal ein bisschen rauszufinden, wie Gedanken so wirken. Und wie euer Unterbewusstsein eigentlich, wie ihr das verwenden könnt. Lust, das mal zu erleben? Ja. Doch? Ja, klar. Cool. In Schritt 1 helfe ich erstmal dir, du kannst noch kurz schonfrist, okay. Helfe ich dir, dich in so eine angenehme, tiefe Entspannung fallen zu lassen. Vorher zwei Dinge wichtig. Erstens, es ist kein Schlaf. Du kriegst alles mit. Du hörst mich nochmal. Aber es ist eine angenehme, tiefe Entspannung, wo du einfach ein bisschen loslassen und dich besser konzentrieren kannst. Das zweite Wichtige ist, du hast selbst eine aktive Rolle. Es ist nichts, was ich dir tue und du wartest, bis es passiert. Ja. Es ist wie gerade, die Rolle so intensiv wie möglich, diesen Gedanken zu denken, bis du ihn spüren kannst, okay? Alles klar. Cool. Nimm mal die Hände so nach vorne. Weil gleich kannst du dir vorstellen, wie hier und hier zwei starke Magneten kleben. Bis sich die Hände anziehen. Und wenn sie sich berühren, kannst du sie in den Schoß sinken lassen, die Schultern entspannen, den Kopf nach unten fallen lassen und dich in so eine angenehme, tiefe Trance rein sinken lassen, okay? Okay. Gut. Nimm mal die Hände nach vorne. Ungefähr so. Aber die Augen zu. Und dann stell dir mal vor, wie hier und hier zwei starke Magneten kleben. Und sie ziehen sich an. Jetzt. Immer stärker und stärker. Immer näher und näher. Und wenn sie sich berühren, kannst du dich fallen lassen, diese angenehme, tiefe Trance und schlafen. Völlig entspannt. Völlig locker. Ich lege die linke Hand hier mal zur Seite, ganz schwer. Ich bewege die rechte leicht und wenn sie fällt, fällst auch du nochmal doppelt so tief in diese Entspannung hinein. Schlafen. Sehr, sehr gut. Und dann stell dir mal vor, wie du hier auf dem Stuhl sitzt und langsam immer schwerer wirst. Wie so eine doppelte Schwerkraft, die dich in den Stuhl reinzieht. Jetzt. Vierfache Schwerkraft. Auf so eine angenehme Art, aber wie abends auf dem Sofa, wenn man manchmal merkt, ich könnte gar nicht mehr aufstehen, selbst wenn ich es versuchen würde. Komplett schwer im Stuhl. Und stell dir mal zusätzlich vor, wie so eine Art Superkleber zwischen dem Stuhl, der Lehne, den Beinen, dem Stuhl, der Lehne, dem Rücken, dich komplett in den Stuhl rein klebt. So schwer, dass du gar nicht mehr aufstehen könntest, selbst wenn du es versuchen würdest. Komplett fest. Und wenn du das spürst, jetzt schon, wie dein Unterbewusstsein übernimmt, kannst du mal versuchen, dich nach oben rauszudrücken, nur um zu merken, dass es nicht mehr geht. Kraft versuchen, aufzustehen, nur um zu merken, es geht einfach nicht. Sehr gut. Dann kannst du wieder aufhören zu versuchen, dich entspannen. Und mal die Augen nochmal zuzumachen. Während der Arm sinkt, nochmal noch tiefer in diese Trance hineinfallen. Schlaf. Und wenn ich den Arm hier so in die Luft lege, ungefähr so, dann kannst du ihn da kurz halten. Und mal aus der Hand eine Faust machen. Sehr gut, eine feste Faust. Und dann kannst du dir mal vorstellen, wie langsam der Arm komplett fest und hart wird. Jeder Muskel sich anspannt. Wie wenn der Arm nicht dein Arm, sondern der Arm einer Statue wäre. Ich drück mal dagegen, du drückst dagegen. Bizeps, Trizeps, spannt sich komplett an bis vorne durch. So fest und hart, dass ich ihn nicht mehr anwinkeln kann, selbst wenn ich es versuche. Weil der Arm ist eine, wie ein Stahlträger, komplett fest und hart. So fest und hart, dass selbst du ihn nicht mehr anwinkeln könntest, wenn du es versuchen würdest. Jetzt schon. Und wenn du das spürst, dann versuch mal, die Faust zu stören, zu bewegen. Nur um zu merken, es geht nicht mehr. Der Arm ist steif wie ein Stahlträger. So mit Kraft den Arm an zu winkeln. Du merkst, du bewegst dich ein kleines bisschen. Aber es ist unheimlich schwer. Und wenn ich ihn berühre, kannst du ihn ganz locker lassen. Und genau dort bleibt er stehen. Und wenn ich ihn berühre, sinkt er wieder in den Schuss. Du noch tiefer in diese Trance. Sehr, sehr gut. Kannst du mal kurz die Augen schließen und die Füße fest auf den Boden stellen. Und wenn du merkst, wie die Augen so ein kleines bisschen flattern, kannst du dir mal vorstellen, beziehungsweise kannst du mal bewusst durch deinen Schädel durch an diese Stelle schauen, mit geschlossenen Augen. Und dir mal vorstellen, wie deine Augen so schwer werden, wie Vorhänge, wie bleierne Vorhänge, die Lider komplett schwer. Und diesen Gedanken so bewusst und so konsequent weiterdenken, bis du es spüren kannst. Ja, sehr gut. Und wenn du es spürst, wie die Augen so schwer sind, dass du sie nicht mehr öffnen kannst, jetzt, dann versuch mal sie zu öffnen und zu merken, dass es nicht mehr geht. Ja, das ist komplett unmöglich. Das ist ein komisches Gefühl. Aber dann kannst du einfach aufhören zu denken, dass es so ist und die Augen mal wieder öffnen. Weil eigentlich ist es genau das und nicht mehr. Es ist kein besonderer Voodoo, kein geheimes Ritual. Es ist einfach nur ein Gedanke, den man so konsequent denkt, bis man ihn selber glaubt. Und wie oft ist es so, dass man denkt, ich kann irgendwas nicht, denkt, ich, wie soll das gehen? Und wenn man selbst bei Augen öffnen, dieser Gedanke so wirkt, dass es nicht geht, wie ist es dann vielleicht im echten Leben? Ich danke euch beiden ganz herzlich. Einen großen Applaus für euch. Dankeschön, Oslenia. Und in diesem Sinne noch einen schönen Abend. Danke euch. Ja. Das ist verblüffend. Hier haben wir noch die, ähm, hier haben wir noch die, äh, die DVD. Hypnose, die Hypnose-Revolution von Alexander Hartmann. Könnte ich das auch mit dir? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist einfach so, ja, deine Haare werden so hart, dass sie sich nicht mehr biegen lassen. Ich glaube, du machst das eh jeden Tag. Ein kleines Geschenk fürs Publikum. Und die DVD könnte man kaufen, man kriegt's ja auch geschenkt. Was ist das denn? Da ist doch ein Trick dabei. Nein, nein. Und zwar... Da musst du noch Kaffeemaschine mitnehmen, oder was? Ne, 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 ne. Natürlich nicht zum ins Regal stellen, sondern zum Download. Auf meiner Homepage einfach meinen Namen, alexanderhartmann.de. Da gibt's die komplette, alles, was ich heute gemacht habe, lernst du da. Geil. Flau. Kleines Geschenk. Ja, vielen Dank, Alexander Hartmann. Dankeschön. Dankeschön. Ich wollte eigentlich ein Lokführerkostüm haben, ja. Ich sehe aber eher aus den Schaffner, oder? Die Lokführer wollen mehr Kohle. Die Schaffner bekommen schon 10.000 im Monat, ja. Die Lokführer, die wollen mehr Kohle. Liebe Kinder, es wird jetzt eine Illusion für euch zusammenbrechen. Die Eisenbahn macht nicht mehr... Sondern die Eisenbahn macht ab heute...